Yo Leute, willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal wieder eine Folge Marvel Backstage hier von der Comic-Messe. Da vorne sitzt Phil Noto. Ich hatte ja eben schon ein kleines Interview mit ihm. Ich habe mir da vorne in der Schlange einen kleinen Platz reserviert. Kommt einfach mal mit, denn Phil Noto bringt mir jetzt ein paar Zeichen-Basics bei. Und das machen wir jetzt. Also, los geht's. Hey again. Hey. Okay, so. Kannst du mir教en, wie ich Iron Man schreibe? Iron Man. Okay, let's see here. First you draw out the shape of the head. Ich habe mir überlegt, dass wir Phil Noto jetzt mal Iron Man malen lassen. Und dieses Bild werden wir dann an euch verlosen. Deswegen bleibt unbedingt dran. Aber erstmal gucken, wie es geht. Also, what are the basic steps at sketching? Just kind of roughing out the shapes first, before you start adding the details. Start adding the little lines of the helmet here. Making a line, where the eyes are gonna sit. He's pretty easy. Like all you have to worry about is just kind of leaving space for all the armor details. But outside of that, he's pretty easy. I'm just drawing the head right now, all in and the shoulders. Wir malen jetzt so den Kopf und die Schultern und das Wichtigste, wenn man Iron Man malen will, ist, dass man die ganze Rüstung und so weiter beachtet. Man muss dafür auf jeden Fall genug Platz lassen. Okay, you say it's simple, but what are the difficulties? Just the shapes, just kind of like making all the shapes work together, because he's very angular. So, das Bild wird jetzt gleich fertig sein, ich bin sehr gespannt und einer von euch kann das gewinnen. Also fühlt euch geehrt, wenn ihr das gewinnt. Ich kann euch ja schon mal erklären, wie es so ungefähr ablaufen wird, wie ihr dieses Prachtmeisterwerk gewinnen könnt. Und zwar, ihr müsst einfach nur einen richtig, richtig coolen Kommentar zum Thema Marvel schreiben und dann werde ich den aussuchen und der Gewinner bekommt dann das Bild. So einfach ist es eigentlich. Gibt gute Gewinnchancen, sag ich mal. Good luck to you all. Okay, ich glaube, jetzt sind wir in den letzten Details angekommen. Also der Kopf und der Oberkörper sind schon soweit fertig und jetzt, wenn nur noch ein paar Schattierungen vorgenommen, würde ich behaupten. Perfekt. Wow. Wow. Tada. Dieses Bild hier könnt ihr gewinnen. Ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt einfach einen coolen Kommentar und dann könnt ihr dieses Bild hier gewinnen. Thanks. Oh, you're welcome. Yeah. Okay, ja, haut rein bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auch aufs Kommentarelesen. Haut rein und ciao. Says Hopefully dir mehr an, geht dann. Có was. Oh, wir sehen uns dann. So. I'll be back for you. Bye. Bye. Bye.